Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen One Pokemon Runs und zwar dieses Mal in der zweiten Generation, denn es geht heute um den Allvater von Pokemon Gold, das gute alte Doomiesel. Zumindest würde ich das gerne sagen, wenn Doomiesel irgendwas vorzuweisen hätte. Das Ding ist bis heute ein reines Meme und es musste bis Gen 9 warten, um endlich eine Entwicklung zu bekommen in Doomie-Miesel, die selbst nicht mal allzu krass war. Generation 2 war allerdings bekannt dafür, einige sehr unfertige Pokemon rausgebracht zu haben und auch generell nicht so starke Pokemon, zumindest zum Großteil. Und somit gab es halt auch viele andere Pokemon, die einfach dringend einen Buff gebraucht haben damals, wie beispielsweise Skorgler, Sneebel oder Traunfugil, aber die meisten davon hatten zumindest irgendwie eine coole Typenkombination oder irgendwelche besondere Gimmicks. Das gute alte Doomiesel allerdings war schon immer ein reines Normal-Pokemon ohne so viele Besonderheiten. Ich meine, Doomiesel hatte eine Basiswertsumme von 415 und das ist wirklich, wirklich mies und es hat nur einen dreistelligen Stat mit den KP, die immerhin bei 100 sind. Dadurch, dass aber die Verteidigungswerte nicht so krass sind, wird das halt ein bisschen abgeschwächt leider, also Doomiesel ist jetzt kein unfassbar heftiger Tank und dadurch, dass es halt ein Normal-Pokemon ist, hatte es auch praktisch keine Resistenzen. Und leider ist Doomiesel auch mit 45 Speed ziemlich langsam und der Angriffstat für die normalen Step-Attacken ist gerade mal bei 70. Das ist kaum höher als die meisten kleinen Basis-Pokemon, die praktisch gar nichts vorzuweisen haben. Also stark ist Doomiesel ebenfalls nicht und die Frage ist so ein bisschen, was sich Gameflake hierbei gedacht hat. Das Gute ist, wir haben halt auch nur eine Schwäche gegen Kampf und dafür eine Geistimmunität, aber die Frage ist, was Doomiesels Nische eigentlich sein soll. Wir werden später feststellen, dass Doomiesel halt etwas merkwürdiger Attacken lernt stellenweise, es hat aber einfach keine gute Coverage und deswegen war die Frage, wie es sich pazifistisch anstellen wird. Und ihr wisst Bescheid Freunde, ich durfte auch heute mal wieder nur Kämpfe machen, die absolut Pflicht waren und jegliche optionalen Erfahrungspunkte musste ich komplett liegen lassen, außer Rare Candies, die ich einmalig in der Region finden konnte, die durfte ich aber auch nur nutzen als absolut letztes Mittel. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Challenge Run und ich habe versucht, wirklich alles aus Doomiesel rauszuholen, aber das hier war ein wirklich komischer Run, weil Doomiesel hatte stellenweise auch durch sein Moveset wirklich komische Matchups. Und wir beginnen natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokemon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden hier, dem Rivalen Endivier zu geben, damit er später halt ein Loreblood bzw. Meganier haben wird, mit Rasierblatt, also mit einer guten Pflanzenattacke mit hoher Crit Rate und auch Reflektor sowie Giftpuder. Zwei Sachen, die Doomiesel auf jeden Fall nicht abbekommen wollte und deswegen fand ich das die schwierigste Option. Und dann habe ich mein Pokémon Cystrox genannt nach einem Zuschauer und ihr wisst Bescheid Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann könnt ihr mir das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar schreiben, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Ja und dann ging es auch schon los hier mit dem ersten kleinen Kampf gegen den Rivalen und seinen Endivier auf Level 5 und dort sieht man jetzt schon, welche Attacken Doomiesel hatte zu Beginn des Runs. Ja und haltet euch fest Leute, ich habe den Run hier gestartet, nur mit Raserei und Einigler. Der Doomiesel ist eines der wenigen Pokémon im Franchise, die nur mit Boost Attacken starten und die benutze ich normalerweise, nur wenn es unbedingt sein muss, aber in dem Fall hier hatte ich überhaupt keine Wahl. Raserei allerdings hatte zumindest Step hier und die Attacke hat zwar schwach angefangen, aber die wurde immer stärker, wenn ich Schaden genommen habe und das hat für Endivier natürlich ohne Probleme ausgereicht. Die erste Station, wo man aber normalerweise Probleme bekommt, ist der Habitak Trainer in Falks Arena, der halt leider Pflicht ist. Und er hat nur ein Pokémon, aber das ist überlevelt und er spammt die ganze Zeit Schnabel. Dadurch, dass aber Doomiesel hier relativ tanky war, vor allem mit dem KB Stat von 100, konnte ich Schnabel hier einige Male wegstecken und ich wurde halt durch jede Schnabel Attacke immer stärker und ich habe dann Habitak einfach ohne Beere simpel First Try besiegen können, sogar ohne auf den Crit grinden zu müssen. Das war hier schlicht und ergreifend nicht notwendig. Man könnte also sagen, ich habe den Anfang hier wirklich sehr gut hinbekommen mit Doomiesel, aber dann kam halt der erste Arenaleiter Falk und der hat dann zwei Pokémon gespielt. Und der ist, obwohl er ein Flug Arenaleiter ist, bekannt dafür, die Bodenattacke Lehmschelle zu nutzen, um die Genauigkeit zu senken. Und deswegen ist dieser Bosskampf hier für gewöhnlich ziemlich unkonstant. Ich muss aber sagen, dass ich dann Falkir wirklich 10 Mal neu gestartet habe und ich habe ihn jedes Mal ehrenlos gefirstritet, denn er hat nicht einmal Lehmenschelle verwendet. Ich mein, Doomiesel hatte keine Bodenschwäche und deswegen hat Falkir mit Tackle von Taubsi und später mit Windstoß von Torbuga halt den höchstmöglichen Schaden gesehen. Und dementsprechend kam Lehmenschelle nie, ich konnte konstant treffen und vor allem dieses Tackle Taubsi zu Beginn, was überhaupt nicht stark war, hat dann direkt meine Raserei gepusht. Und ich hatte halt nach wie vor keine andere Attacke, um sonst irgendwie anzutreten, also musste ich die Boostattacke nutzen. Und dann habe ich Falkir in der Luft zerrissen, tatsächlich ohne eine Beere zu nutzen. Und das ist für einen Pokémon Run ehrlich gesagt ziemlich ungewöhnlich. Aber ja, Doomiesel hatte bis hierhin eine sehr gute Zeit. Und das Witzige ist, die Lehmenschelle von Falk war dann die erste Attacke, die ich Doomiesel theoretisch beibringen konnte. Ich wollte aber so gut wie möglich ohne Lehmenschelle auskommen, weil das halt viele Kämpfe in Gen 2 komplett schießen kann. Aber dann kam zunächst mal dieser Hiker hier im Einheitstunnel und der war dann ziemlich nervig. Weil der spielt halt drei Kleinsteins, die Raserei ohne Probleme resistieren konnten und die hatten auch eine gute physische Defense. Es blieb aber nach wie vor das Problem einfach, dass Doomiesel tanky genug war, um dort fast keinen Schaden zu fressen. Und spätestens nachdem ich halt zweimal angegriffen wurde, war Raserei praktisch nicht mehr resistet und ich habe dann wirklich guten Schaden gemacht auf Dauer. Und ja, der hat auch einen Kleinstein gespielt später auf Level 8, also das war ziemlich tanky, aber dann war ich an dem Punkt einfach schon so krass gebufft tatsächlich, dass ich selbst die großen Kleinsteins einfach two shotten konnte. Und ich find's so witzig, dass dieses kleine Meme Pokémon hier so gut durchkam stellenweise. Ich mein du Miesel wird immer nur belächelt, aber es hatte hier wirklich einen OP Start und wer hätte das bitte erwartet. Nachdem ich aber dann fertig war mit der Rocket Story in Azalea City, die mal wieder keine große Rolle gespielt hat, wie eigentlich immer, hatte ich dort die Wahl zwischen zwei Bosskämpfen und zwar zwischen meinem Rivalen und Kai in der Käfer Arena. Und ich wollte dann zunächst mal den Rivalen machen, da ich den als größere Gefahr betrachtet hatte. Und das lag vor allem hier an einem sehr wichtigen Grund. Und dieser Grund war halt einfach sein Nebulak hier, weil ich das ohne Lehmschelle nicht verletzen konnte. Aber die wollte ich ja wenns geht nicht einsetzen, also muss ich dann hier Verzweifler nutzen. Es war möglich bei wilden Pokémon meine AP zu verbrauchen ohne Kills zu machen, also Pazifismus ist hier nicht gestorben, aber es hat eine Weile gedauert. Und da musste ich Verzweifler nutzen als typenlose Attacke ohne Step, aber die hat halt logischerweise keinen Schaden gemacht. Nebulak konnte ich nur 3 shotten, das hat schon eine Weile gedauert und dann kam als zweites als Troll einfach Zubart rein, was dann bis gespammt hat für Flinches, weil natürlich war das schneller als Dummiesel und es hatte sogar Superschall, um mich komplett zu verwirren. Und ich wusste, selbst falls ich Zubart noch irgendwie schaffen sollte, kommt natürlich auch noch Loreblood und das hatte ich hier bereits Rasierblood, sogar mit High Crit Rate. Das Ding war komplett übermächtig und ich hätte dem praktisch keinen Schaden machen können. Es war also hier sehr schnell klar, dass ich halt doch zunächst mal Kai machen muss in der Käfer-Arena, um wenns geht irgendwelche XP vorzuziehen und das Gute war vor Kai gab es zwei Pflichttrainer, an denen ich doch ein bisschen leveln konnte. Und gegen Kai selbst hier hatte ich ein erstaunlich gutes Matchup. Ich musste natürlich nach wie vor wieder mit Raserei antreten, da ich halt immer noch keine neue Attacke hatte. Und das ist ehrlich gesagt sogar ein bisschen traurig, weil eigentlich könnte man die Sternschauer TM hier schon haben, aus dem Einheitstunnel, aber Dummiesel konnte die random nicht lernen, obwohl das sogar ein Normalangriff wäre. Ich musste also mit Raserei antreten und das war ziemlich gut für mich. Denn Kai hat sofort geleadelt mit einem Savcon, was nur Tackle spammen konnte und das hat Raserei hier mehrfach gepusht einfach, ohne dass ich viel tun musste. Und dann kam er zweites Kokuna rein, als weiteres Opfer Pokémon, was nur Giftstache gespammt hat. Und ja, natürlich konnte mich das theoretisch vergiften zu 10%, aber so gefährlich war das Gift gar nicht. Und dann kam irgendwann sein Sichlor rein, also sein eines wirklich gefährliches Pokémon mit Zornklinge, was dann immer und immer stärker wurde, aber das hatte halt kaum Zeit, denn ich hatte meine Boosts hier ja schon gefarmt und dann konnte ich Sichlor einfach two shotten, was schon ein bisschen witzig war. Ich denke, die wenigsten hätten erwartet, dass Dummiesel hier einfach dermaßen gut durchkommt, oder? Also zumindest ich war sehr überrascht. Ich musste aber halt immer noch meinen Rivalen irgendwie aufhalten und ich wollte auf gar keinen Fall Lehmschäle nutzen. Ich hab's also dann weiter probiert mit Verzweifler und war an dem Punkt Stand Level 15, ich konnte also dann ein bisschen mehr austeilen und auch ein bisschen mehr einstecken, vor allem was den Rückstoßschaden angeht. Das Dumme war nur, ich war nach wie vor langsamer als Sanzubad allein schon und das war schon ne riesen Katastrophe, weil ich wirklich ständig geflinscht bin und immer wieder verwirrt wurde. Und ich musste halt auch nach wie vor an seinem Loreblatt vorbei und das war nicht viel netter zu mir geworden. Rasierblatt hat immer noch unfassbaren Schaden gemacht und das Ding hatte sogar Giftpuder, um mich zu vergiften oder beispielsweise Reflektor, um meinen physischen Schaden zu halbieren, auch von Verzweifler. Und dementsprechend konnte ich zwar stellenweise tatsächlich wirklich viel Schaden machen, aber von dem Sieg war ich weit entfernt. Und nachdem ich dann noch hier ne ganze Weile gegrindet hatte, ich redete tatsächlich von Stunden, musste ich leider irgendwann einlenken. Ein Sieg ohne Lehmschäle wäre praktisch unmöglich gewesen. Ich hätte zig Misses von Loreblatt und Kritz und alles gebraucht in dem Versuch, wo mich halt Subad auch nicht zu sehr vorschwächt oder praktisch zu Tode verwirrt, das war einfach praktisch ausgeschlossen. Ich hab also dann doch leider Lehmschäle lernen müssen für Nebulak, aber den restlichen Kampf habe ich ohne Lehmschäle tatsächlich hinbekommen. Denn ich konnte dann Raserei pushen gegen Subad, um Loreblatt ganz guten Schaden zu machen. Und dann konnte ich zwar nur sehr knapp gewinnen, aber es war tatsächlich möglich. Bevor jetzt allerdings jemand fragt eventuell, es wäre nicht möglich gewesen Nebulak auszustallen, bis es Selbstverzweifler nutzt, um damit halt Raserei zu pushen, damit später Verzweifler von Dumiesel stärker wird. Ich habe selbst über diese Eventualität nachgedacht, aber tatsächlich geht das nicht. Wenn Raserei nie richtig durchgeht gegen einen Geist-Pokémon beispielsweise, bekommt man auch keine Boosts, also war das leider keine Option. Ihr merkt also schon, ich nehme das ganze hier sehr genau, was Lehmschäle angeht, weil ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn man Gen 2 mit so einer Attacke komplett wegschießt. Und das gilt auch so ein bisschen für den nächsten Bosskampf, denn dann ging es halt weiter in Ducatia City mit dem Kampf gegen Bianca in der Normal-Arena. Und die ist ja bekannt für ihr Walzer-Milltank, was man mit Lehmschäle ebenfalls komplett vernichten kann. Aber ich wollte es ohne probieren. Und man mag es kaum glauben Leute, ich hatte dann endlich Zugang zu einer neuen Attacke und das war Kopfnuss. Ich musste nicht mehr Raserei spammen. Und die Attacke bekommt man beispielsweise im Wald geschenkt, aber man kann es auch nachkaufen endlos im Einkaufszentrum von Ducatia City und das ist eine 70er Basisstärke Normal-Attacke, die zu 30% sogar flinschen lassen kann, was bei Pipi beispielsweise sogar stellenweise passieren konnte. Aber dann kam natürlich Milch-Tank rein und das war überlevelt, es hat mich auch speeded mit Walzer und sehr sehr schnell besiegen können und ich konnte mit Kopfnuss hier gar nicht mal so viel Schaden drücken. Und ich wusste Milch-Tank hat auch potenziell einfach die Attacke Milch getränkt, um sich aktiv wieder voll zu heilen, also selbst das war möglich hier. Nun habe ich aber bewusst bisher tatsächlich eine Sache unterschlagen und zwar hat Domizil heutzutage die Fähigkeit Edelmut, um die Flinchrate von Kopfnuss beispielsweise auf 60% zu heben. Und diese Fähigkeit gab es natürlich damals doch nicht, aber tatsächlich war dieses Flinschen damals schon für Domizil hier als wichtiges Strat eingeplant und deswegen konnte Domizil hier per Level Up einfach Giftblick lernen, was Gegner paralysiert. Und da Paralyse damals noch sehr sehr gut war, konnte ich dann einfach Milch-Tank eiskalt outspeeden und mit Kopfnuss Para flinschen lassen. Und wenn ein Gegner halt wirklich mit seiner Attacke missen kann, flinschen kann oder eine Full Para kriegen kann, dann wird es wirklich unkonstant für ihn. Und so konnte ich Milch-Tank dann erstaunlich schnell besiegen und auch den dritten Orden hier tatsächlich pazifistisch holen. Und ich hätte sogar potenziell noch stärker sein können über die Attacke Rückkehr, ebenfalls aus Ducatia City. Die hatte allerdings keine Flinchrate, also hatte ich die erstmal nicht gelernt. Das Dumme war nur, als ich dann in Teak City angekommen bin, durfte ich zunächst mal nicht gegen meinen Rivalen antreten, weil der ist leider optional, ich musste sofort rein in die Geist-Arena von Jens. Und dort hatte ich bereits Probleme mit den simplen Random Trainern, weil ich immer noch praktisch nur Normalattacken hatte und halt Lehmschelle. Ich mein guckt euch beispielsweise mal den ersten Trainer hier an, der 5 Nebulaks gespielt hat. Alle Nebulaks hatten einfach Fluch drauf und konnten praktisch nichts anderes einsetzen, außer das und Horrorblick. Denn gegen Geist-Attacken war ich ja immun, die wurden einfach nie verwendet. Ich wurde also safe hier verflucht in einem Kampf, der extrem lang war und ich konnte über Verzweifler auch nur Two-Shotten. Und das Gute ist zwar, wenn man Kills macht bekommt man keinen Fluchschaden, aber mitten während den Kills bekommt man halt schon Fluchschaden zwischen den Runden immer wieder und das sind 25% Damage. Ich konnte mit Verzweifler hier praktisch nicht antreten und ja ich wusste ich kann auch ein paar Kämpfe vorziehen, aber an dem Punkt hatte ich Angst hier, dass ich einfach wieder Lehmschelle brauche, weil ich halt praktisch keine Möglichkeiten hatte. Es gibt aber jetzt einen kleinen Fun-Fact und zwar muss man später in den Ducatia Untergrund gehen, um dort bei der Rocket Story gegen den Rivalen anzutreten bei einem Pflichtfight. Und um in den Ducatia City Untergrund richtig reinzukommen, muss man den Random Trainer besiegen. Und wenn man den fortziehen darf, kann man sich den Münzkorb besorgen und damit kann man reingehen in die Spielhalle und sich TMs kaufen. Und Domiesel wurde hier wirklich abgestraft, was ich nicht verstehe, weil fast alle Normal Pokémon können halt Feuersturm, Blizzard und Donner lernen, aber Domiesel kann nur Donner aus irgendeinem Grund. Donner war aber die Möglichkeit um Lebulax hier zumindest anzugreifen und das hab ich dann probiert. Man muss sagen Donner ist natürlich keine schöne Attacke, die hat nur 70 Genauigkeit, ich hatte keinen Step drauf und mein Spezialangriffswert war auch nicht so gut, aber ich musste ja nur kämpfen gegen simple Nebulax auf Level 16 und die konnte ich problemlos One-Shotten, wenn Donner gehittet hat. Und wie gesagt Leute, wenn man Kills machen sollte, bekommt man in der Runde keinen Fluchschaden. Und somit war es dann möglich mit Domiesel tatsächlich alle Random Trainer von Jens wegzuspeeten, ohne großartige Schwierigkeiten. Und ich hatte dann halt erstmal die Möglichkeit hier vernünftig gegen Geister anzutreten und dann konnte ich auch Jens probieren. Jens war aber natürlich eine andere Herausforderung, weil der ist deutlich stärker als seine Random Trainer. Denn er spielt hier in Nebulak, zwei Alpolos und sogar ein überleveltes Gengar, was ich auch irgendwie aufhalten musste. Und ja natürlich war ich auch hier mal wieder immun gegen Geistattacken, aber der hat auch mal wieder Fluch gespielt. Und leider war es in der zweiten Generation so geregelt, dass die Flinkklaue hinter einem Random Trainer liegt, der leider optional ist. Ich hatte also keine Möglichkeit zum Käferturnier zu gehen, um mir die zu holen. Und so konnte ich sein Nebulak niemals outspeeden und deshalb immer Fluch gedrückt zu 100%. Ich wusste also, wenn ich Jens besiegen möchte, dann muss ich es verflucht schaffen, aber das war nicht so einfach. Der bereits sein erstes Apollo hier hat einfach permanent Hypnose gespammt, um mich einzuschläfern und ja das konnte mir nicht wirklich Schaden machen, aber das war nicht notwendig. Denn der Fluch konnte mich ja ganz alleine killen und meine Donnerattacken musste ich auch erstmal hitten, selbst das war ziemlich unkonstant. Aber wie gesagt, ich wollte auf gar keinen Fall einlenken und hab's deswegen weiter probiert ohne Lehmschelle. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass selbst die Lehmschelle hier gar nicht so sehr hätte helfen können. Ich meine die hätte auch nicht viel Schaden gemacht und Fluch hätte ich damit halt ebenfalls nicht abwehren können. Ich musste also irgendeine Lösung finden, aber das war gar nicht mal so einfach. Denn ich konnte mir zwar noch eine Minzbeere holen links von Tick City, einfach bei der Kumo farmen und damit konnte ich einmalig aufwachen und Hypnose war einmal egal. Und Hypnose konnte auch daneben gehen. Aber sobald ich halt Apollo erfolgreich besiegt hatte, was schon verdammt unwahrscheinlich war, kam halt Gengar. Und Gengar konnte einfach so hier halt wirklich dreimal Donner wegstecken ohne Schwierigkeiten, um mich auch permanent versuchen einzuschläfern. Und wenn ich dort eingeschlafen wäre, hätte das Ding sogar Traumfresser gehabt, also ne Psychoattacke, die mich wirklich hätte treffen können. Und dann wäre halt auch noch ein Apollo gefolgt und der Fluchschaden wurde immer schlimmer. Bevor ich aber dann letztendlich aufgeben wollte und potenziell leveln wollte, hatte ich noch einen Lichtblick und zwar konnte ich die Kimono Girls vorziehen, die Surfer einem freischalten. Und da man das benötigt halt, um auf der Overworld sich fortzubewegen, durfte ich die machen, das waren Pflichtkämpfe. Und dann war ich plötzlich Level 24 zu Beginn des Kampfes und dann war es möglich hier, mir dreimal Donner Gengar zu besiegen. Und das hat den Fight hier schon deutlich verändert, weil dadurch habe ich insgesamt einfach einmal weniger Fluchschaden genommen und der Kampf war wesentlich realistischer. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass das trotzdem hier ein ewiger Grind war. Eine der schlimmsten Kämpfe überhaupt und Donner so oft zu treffen, war unglaublich unkonstant. Aber es war plötzlich möglich. Und dann konnte ich sogar noch das letzte Apollo aufhalten, ohne einen Crit zu benötigen, auf einem KP, weil mein KP-Stat genau so war, dass ich 4x25% zahlen konnte, ohne daran drauf zu gehen. Das kann bei Fluch manchmal so sein, ist aber nicht garantiert. Was ein Boss-Fight. Tja, aber wer jetzt schon dachte, dass Geist-Pokémon lustig waren für du miesel, der sollte sich mal Kampf-Pokémon anschauen. Denn dann ging es einfach direkt danach weiter mit der Kampf-Arena von Hartwig, wo ich einfach Schwäche hatte. Und auch der hatte dann mal wieder zunächst mal einige Pflicht-Trainer, die bereits wirklich hart waren. Und es begann zunächst mal mit zwei Pflicht-Trainern in a row und man kann theoretisch den ersten besiegen, sich dann sterben lassen und dann den zweiten besiegen, aber das war bei meinem Ruleset hier leider nicht erlaubt. Ich musste die nacheinander killen in einem Try. Aber bereits der erste hat hier Kickly eingewechselt und das hatte Sprung-Kick. Und das hat du miesel hier einfach fast gewoneshottet, ich war sofort im roten Bereich. Und selbst mit Rückkehr hätte ich das Ding nicht oneshotten können. Glücklicherweise musste ich dort aber nicht auf einen Sprung-Kick misgrinden, denn ich hatte ja immer noch Gift-Blick. Und das hatte zwar auch nur eine Genauigkeit von 75%, ähnlich wie Eisenschweif beispielsweise, aber es hat halbwegs konstant getroffen und dann konnte ich auf einen Flinch hoffen. Und dann kam zwar noch der zweite Trainer, der dann Noc-Chan gespielt hat, aber der war nicht mehr so gefährlich. Und da ich eine Beere drauf hatte, hatte ich dann wieder ungefähr 30 KP, wenn Kickly jemand nicht so viel Schaden gemacht hat und dann konnte ich hier sogar noch mehrere Hits überleben, weil Noc-Chan nicht so gut gespielt hat. Mit Kometen-Hieb wäre der deutlich gefährlicher gewesen, aber es kam beispielsweise auch manchmal Eis-Punch und das war nicht so schlimm. Und auch dort hatte ich wieder Gift-Blick, um dann diesen Kampf abzuschließen. Nachdem ich aber dann noch einen weiteren Trainer sehr leicht besiegen konnte, der mit Macholo und Marshock gemissbläht hat über Geowurf, gab es auch noch diesen Random Trainer hier und der wäre fast extrem gefährlich gewesen, da hätte ich mir fast die Zähne ausgebissen. Weil der hat zwei Mankeys gespielt und einen Razav und ich konnte nur unfassbar knapp hier diese Mankeys outspeeden. Hätten alle seine Pokémon mich outspeedet und wie gesagt ich konnte keine Flinkklaue holen, hätten die alle Karate-Schlag spammen können und es wäre ein Albtraum gewesen. Aber so konnte ich tatsächlich die Mankeys outspeeden und eine 101 gegen Razav antreten, was halbwegs gut funktioniert hat. Und dadurch, dass es auch nur die Random Trainer KI war, konnte der stellenweise Missplayen über Furienschlag, was sogar theoretisch daneben gehen konnte. Ich habe aber trotzdem diesen Random Trainer hier nur im tiefen roten Bereich besiegen können. Und mir war halt vollkommen klar an der Stelle, dass ich auch noch gegen Hardweg selbst gewinnen muss und er hatte auch einen Razav und einen Quapo und die waren beide sehr gefährlich für mich. Wenigstens konnte Hardweg hier stellenweise Silberblick einsetzen und mich nicht Two-Shotten über Karate-Schlag und ich konnte mit Kopfnuss in zwei Hits Razav besiegen ohne Rückkehr zu lernen. Und da ich das halt nur einmal lernen konnte, wollte ich mir das so gut wie möglich aufheben. Aber dann kam halt Quapo rein und das konnte mich ebenfalls outspeeden mit Wuchtschlag. Und das hätte mich selbst auf vollem KP einfach komplett gewonshottet. Wenn man aber genauer darüber nachdenken sollte, dann war diese Wuchtschlag-Attacke eigentlich das größte Geschenk, was mir Hardweg machen konnte. Denn wenn er eine Kampfattacke gespammt hätte, die sehr stark war mit 100er Genauigkeit, dann wäre der Kampf eine Katastrophe gewesen. Aber Wuchtschlag Mist einfach zu 50%. Es war also möglich hier, einfach auf eine Mist zu hoffen von Wuchtschlag und Giftblick rauszulegen und dann wieder zu Paraflinschen. Und mit einer Attacke mit 50 Genauigkeit gegen aktives Paraflinschen anzukämpfen, das ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich zwar fast keinen Schaden machen können, aber Quapo habe ich trotzdem besiegt. Und damit war auch Hardweg durchaus möglich. Dumiesel hat hier aber wirklich keine Pause bekommen, was schwierige Kämpfe angeht, denn dann kam einfach die Stahl-Arena von Jasmin und die konnte Normal-Attacken einfach resistieren. Und die ist generell bekannt dafür, ein sehr starkes Stahlhaus zu spielen auf Level 35 mit praktisch unendlich physischer Defense. Aber allein schon dieses Stahlhaus zu erreichen, war alles andere als einfach. Denn ich spielte auch zwei Magnetilos und für die habe ich viermal Kopfnuss gebraucht, um die zu besiegen und ich konnte die zwar stellenweise flinchen lassen, aber die hatten Donnerwelle, um mich zu paralysieren und dann Donnerblitz, um mich fast zu Two-Shotten und wenn ich hier keine normale Beere getragen hätte, dann wäre ich sogar Two-Shot gewesen. Ich konnte also selbst das erste Magnetilo hier nicht konstant besiegen und dann kein noch ein zweites und dann halt noch das gesamte Stahlhaus. Ich wollte aber zumindest versuchen gegen Stahlhaus richtig zu kämpfen und deswegen habe ich mir dann eine Anti-Para-Beere genommen, um Donnerwelle einmalig zu heilen und dann habe ich so lange gegrindet gegen die beiden Magnetilos, bis ich die beiden besiegt hatte, ohne auch nur 1 KP Schaden zu nehmen. Und das hat bereits eine ganze Weile gedauert, aber ich hatte eine kleine Hoffnung bei Stahlhaus einfach deswegen, weil das für Eisenschweif bekannt ist. Eine weitere Attacke mit keiner guten Genauigkeit, nämlich nur 75%. Ich wusste also, wenn ich dort Giftblick rauslegen sollte und dann wieder auf Paraflinches gehe, dann habe ich eine relativ gute Chance, eine ganze Menge Schaden machen zu können. Das Problem war nur, selbst als es da mal geklappt hat, habe ich so wenig Schaden rausgehauen, weil Stahlhaus halt so absurd physisch defensiv war, dass meine AP nicht ansatzweise gereicht hätten, um diesen Kill durchzuziehen. Ja und natürlich war der auch sehr unkonstant und Jasmin hatte noch einen Hypertrank, um Stahlhaus wieder voll zu heilen, also hätte ich das praktisch 2x killen müssen. Und das war einfach, vor allem ohne Lehmschelle hier, praktisch unmöglich. Als ich aber dann zunächst mal einige Kämpfe vorziehen wollte, gegen Team Rocketrüppel beim See des Zorns, habe ich irgendwann Level 30 erreicht und dann hat Tomiesel einfach Kreideschrei gelernt. Ich hatte das gar nicht so wirklich auf dem Schirm, dass es kommen würde, aber das hat mir dann hier wirklich extrem geholfen. Denn damit konnte ich die physische Defense meiner Gegner um zwei Stufen senken und deshalb bereits den Magnetilos etwas konstanter gemacht, aber vor allem gegen Stahlhaus war das ein riesen Lichtblick. Denn ich wusste klar, selbst wenn ich auf minus 6 kommen sollte bei Stahlhaus, werde ich immer noch nicht so viel Schaden machen, aber schon mal deutlich deutlich mehr als zuvor und dann könnten sogar meine AP reichen. Das Dumme war nur, selbst wenn ich Giftblick rausgelegt habe bei Stahlhaus in einem wirklich guten Versuch, wo ich halt noch nicht mal vorgeschwächt war, war es sehr schwer Kreideschrei zu spammen, weil das flincht ja nicht, also musst du dort komplett die Paralyse mettern oder die Misses von Stahlhaus. Und das ist dann erstmal nicht passiert. Und ich habe dann leider ziemlich oft verloren hier, oft in der Runde, wo ich meinen dritten Kreideschrei gegen Stahlhaus rauskriegen konnte, weil es einfach dermaßen unkonstant war. Aber dann habe ich meine Taktik hier ein kleines bisschen geändert. Es blieb dabei, dass ich ohne Vorbelastung halt bei Stahlhaus stehen wollte, auch ohne Paralyse vor allem, also das ist gleich geblieben. Aber was ich dann ändern wollte, war dass ich nur 2x Kreideschrei rauslege nach der Paralyse gegen Stahlhaus und dann wollte ich bereits anfangen Kopfnuss zu spammen. Und ich wusste zwar, der Kill wird dann eine Weile dauern bzw. ich mache halt weniger Schaden als auf minus 6 bei Stahlhaus, aber ich wusste, sobald ich Stahlhaus halt einmal im gelben Bereich haben sollte, dann wird Jasmin höchstwahrscheinlich sofort ihren Hypertrank zünden und dann konnte ich in dieser Runde meinen dritten Kreideschrei legen und das war dann deutlich mehr safe, weil halt Stahlhaus in der Runde nicht angreifen konnte. Und sobald ich dann Stahlhaus einmal erfolgreich hier auf minus 6 hatte, habe ich so viel Schaden gemacht über Kopfnuss, dass Dumiesel hier einfach physisch Stahlhaus in 4 Hits besiegen konnte, mit einer Attacke die Stahlhaus sogar resistiert hat. Und das sieht man wirklich selten, aber bei dem Plan konnte ich das sinnvoll rauslegen. Und natürlich, sobald ich halt dann auf Paraflinch gegangen bin, war Stahlhaus dermaßen unkonstant mit Eisenschweif, dass die Siegeschance gar nicht mal so verkehrt war. Aber ich muss schon sagen, die Orden 4-6 waren für Dumiesel wirklich keine angenehme Zeit. Ich habe an jedem dieser Bosskämpfe eine ganze Weile gesessen und gefeilt, aber es war alles irgendwie möglich. Aber dann kam endlich mal wieder ein Bosskampf, der ziemlich fair war, denn dann ging es weiter zum Kampf gegen Norbert. Und das ist ein Eis-Arena-Leiter und ich konnte halt vorher noch ein bisschen leveln an weiteren Team Rocket rüppeln, die ich bisher noch nicht besiegt hatte und dann war ich fertig mit der Rocket Story beim See des Zorns. Und dann bin ich reingegangen in diesen Fight hier und der war einfach nicht schwierig. Norbert hatte hier stellenweise Nebeneffekte, die konnten anstrengend werden, wie beispielsweise Eissturm von seinem Yu-Rob, was meine Innits senken konnte, Aurora-Strahl von seinem Yu-Gong, was meinen Angriff senken konnte oder Blizzard von seinem Kaifel später, was mich sogar einfrieren konnte. Aber all diese Nebeneffekte waren relativ unkonstant bzw. sind nur sehr selten aufgetreten und ich hatte halt nach wie vor Kreideschrei und Giftblick, um mir hier einiges an Abhilfe zu verschaffen. Und dann habe ich Norbert hier zwei, dreimal probiert und dann sehr sehr schnell gewonnen. Und ich muss halt auch sagen, Blizzard von Kaifel später ist ziemlich unkonstant, die Attacke kann gerne mal daneben gehen und ganz wichtig Leute, Norbert missplayt auch gerne mal und kann sogar theoretisch Furienschlag oder Weißnebel nutzen, was mir halt ziemlich hart egal gewesen wäre. Und selbst der Hypertrank von Norbert hat hier keine große Rolle gespielt. Also hatte ich hier endlich mal wieder eine gute Zeit. Dann kam aber das Storyfinale beim Radioturm und dort musste ich dann zunächst mal gegen den Smogon Trainer antreten und der ist für viele Challenge Pokémon immer mal wieder ein recht großes Problem. Und das galt leider auch so ein bisschen für Dumiesel, denn ja, ich hatte hier wieder Kopfnuss für Flinches, aber die Smogons konnte ich halt logischerweise nicht One-Shotten, weil die zu tanky waren und dann hatte ich das Problem, dass ich halt angegriffen wurde mit Rauchwolke und irgendwann wurde ich gerne mal vergiftet. Und da wurde der Kampf hier wirklich, wirklich unkonstant und es ist halt ein sehr langer Kampf. Ein Smogon alleine war nicht gefährlich, aber der spielt 5 Smogons und ein fettes Smog-Mog und er kann dich sogar theoretisch sprengen, also das war auch möglich. Ich habe bei all meinen Versuchen immer mehrere Kills gemacht ohne Probleme, aber ich konnte nie alle 6 in den Row killen, ohne halt wirklich komplett unkonstant zu werden, vor allem durch die Rauchwolken und halt auch das Gift, was dann immer und immer schlimmer wurde, vor allem wenn ich mal gemisst habe. Und deswegen konnte ich mich hier nicht wirklich auf Kopfnuss verlassen, aber selbst der Schaden von Rückkehr hätte ich hier auch mal wieder nicht ausgereicht, also konnte ich das wieder nicht sinnvoll lernen. Mir ist aber dann ein sehr guter Gedanke gekommen und zwar habe ich dann einfach wieder Donner gelernt, um speziell anzugreifen und auf Donner hatte ich zwar kein Step hier, aber das hatte 120er Basisstärke. Und da die Smogons speziell dermaßen fragil waren, hat Donner dann ausgereicht. Und es ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich war hier ein bisschen überlevelt. Und das ist normal für Gen 2 Challenge Runs an diesen Punkt des Spiels, also das ist auch bei Pazifismus Runs vollkommen üblich, aber ich muss schon sagen nur Miesel hat hier besonders gut gelevelt, also ich habe da sehr gut da gestanden. Und ja, Smogmo konnte ich natürlich nicht bonshotten und Donner war nach wie vor ziemlich unkonstant, aber in dem Moment, wo ich konstant treffen konnte mit ein bisschen Glück, war das Morgan Trainer dann ebenfalls möglich. Aber das war eine weitere Hürde, die mich ein bisschen Zeit gekostet hat. Und ich konnte mir dann natürlich die Rauchwolken wirklich gar nicht mehr leisten. Was ich dann aber auch noch machen musste bei der Rocket Story war ein weiterer Kampf gegen meinen Rivalen und das war ehrlich gesagt ein riesiges Problem. Weil der hat dann Alpollo gespielt, also mal wieder ein Geist Pokemon und ich hatte hier ein sehr sehr statisches Moveset. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach Kopfnuss als Normalattacke, Lehmschelle, was ich nicht löschen durfte und Giftblick und Kreideschrei, die ich nicht löschen wollte. Also mit was soll ich hier Alpollo angreifen, wenn ich mir Lehm schelle, was ich ja nicht nutzen wollte. Und ich musste dann tatsächlich einsehen, dass es halt so nicht weitergehen kann. Ich musste einen meiner Slots frei machen, um vernünftig spielen zu können und dann habe ich hier Kreideschrei gelöscht. Und so konnte ich dann Donner in mein Moveset reinnehmen und erstmal Golbert damit One-Shotten und dann konnte ich Kopfnuss spammen gegen sein Magnetilo, was ich leider ohne Crit nicht Two-Shotten konnte, aber dagegen hatte ich zumindest eine Anti-Parabehre. Aber sobald dann Alpollo reinkam, konnte ich halt da gegen Donner spielen und zumindest dagegen angreifen. Ich habe es aber leider nicht One-Shotten können, weil ich halt einfach keinen Step hatte und selbstverständlich hatte auch dieser Geist hier mal wieder die Attacke Fluch. Ich habe aber dann sogar mitten im Kampf hier einfach Buddy-Check gelernt und damit konnte ich sein Sneebel One-Shotten, das hätte mit Kopfnuss nicht funktioniert. Und so konnte ich ein bisschen Fluchschaden umgehen, weil ja zwischen den Kills kein Fluchschaden kommt in Gen 2, aber es kam auch noch Megani. Und dem konnte ich einfach nur so wenig Schaden machen, dass ich dann riesige Probleme hatte. Und ich bin dann einfach jedes Mal zerschellt, weil mir einfach der Damage ausgegangen ist. Aber hier ist halt jetzt das Gute. Dadurch, dass ich Kreideschrei gelöscht hatte, hatte ich jetzt Platz für Rückkehr im Moveset plus eine weitere Schadensattacke, die halt nicht Lehmschelle ist. Ich konnte also dann mit Rückkehr und Donner antreten und dann war hier deutlich mehr möglich. Golbart konnte ich wie gesagt One-Shotten über Donner und mit Rückkehr konnte ich dann Magnetilo Two-Shotten, ohne halt auf einen Crit zu hoffen. Und dann konnte ich zwar nach wie vor hier halt immer noch nicht Apollo One-Hitten, das war ein Problem, aber ich musste dann nicht mehr Buddy-Check lernen gegen Sneebel, weil jetzt Rückkehr gereicht hat. Und dann kam zwar als letztes wieder Megani, aber das konnte ich dann über Rückkehr einfach Two-Shotten, um diesen Kampf abzuschließen. Und dadurch, dass ich halt wusste, dass so ein Gegner wie Stahlos nicht mehr kommen wird im Run, konnte ich Kreideschrei hier ziehen lassen, auch wenn es ein bisschen weh getan hat. Aber das war halt ein bisschen blöd in Gen 2, denn nachdem ich dann fertig war mit der Rocket Story, konnte ich weitergehen zur Stadt von Sandra zur Drachenarena und normalerweise könnte man halt in Hardgold beispielsweise in den Remakes dort zu einem Erinnerer gehen mit Herzschuppen und dann Kreideschrei wieder zurückholen. In Gen 2 gab es allerdings diese Mechanik noch nicht, also war die Attacke leider für immer verloren. Aber gut, ich habe dann ohne weiter gespielt und bin dann zunächst mal gegen Sandra angetreten, um erstmal die Hauptorden abzuschließen. Und ich hatte hier wirklich große Hoffnungen für den Orden, weil ich auf Level 44 angekommen bin, also komplett überlevelt. Und ich konnte dann die Dragoniers auch alle outspeeden, aber leider hat der Schaden hier nicht ganz ausgereicht für ein One-Shot über Rückkehr und dann wurde ich paralysiert und permanent mit Coverage-Attacken zugespampt, die auf Dauer dann schon viel Schaden gemacht haben. Und nachdem man halt drei Dragoniers von Sandra besiegt hat, kommt irgendwann Sedra King auch noch mit einer sehr starken Surfer-Attacke mit Step. Und das ist mit Abstand ihr gefährlichstes Pokémon, weil sie hier noch nicht mal konstant zu Gesicht bekamen. Mir hat hier einfach so ein bisschen der Schaden gefehlt, um die Dragoniers komplett zu killen. Aber es hat nicht viel Schaden gefehlt. Und dann wollte ich mal wieder was ausprobieren und zwar konnte ich hier ein besonderes Item tragen. Man kann sich nämlich das rosa Band besorgen, beispielsweise im Radioturm, den ich gerade eben gerettet hatte, um Normal-Attacken um 10% zu pushen. Und das war ein tragbares Item, was so miesel tragen konnte und plötzlich waren die Dragoniers One-Shot. Es hat dann ganz ganz knapp ausgereicht und mit einer großen Low-Range konnte ich es auch mal verkacken in den One-Shot, aber es war recht konstant. Ich konnte also dann einfach auf vollem Leben hier ihr Sedra King erreichen, ohne paralysiert zu sein. Und dann war Domizel hier tanky genug, vor allem weil ich überlevelt war, um zweimal Surfer wegzustecken und Sedra King zu Two-Shotten. Denn auch dort konnte ich dann wirklich sehr guten Schaden machen und den 8. Orden einfach easy abschließen. Aber das sieht man wirklich, wirklich selten, dass rosa Band eine Rolle spielt. Aber hier eben schon. Bevor ich aber dann endlich bei der Liga antreten konnte, musste ich auch noch gegen meinen Rivalen gewinnen bei der Siegestraße und vor dem hatte ich erneut hier so ein bisschen Respekt. Ich muss aber sagen, dass diese Angst hier relativ unbegründet war. Denn ich war an dem Punkt einfach dermaßen überlevelt, weil der Rivale hier so schlecht gelevelt ist, dass ich den ziemlich zerstören konnte. Denn Sniebel konnte ich einfach so One-Shotten über Rückkehr. Gegen Golbart hatte ich wieder Donner, was ich natürlich treffen musste, aber das war zumindest halbwegs konstant. Und dann kam zwar Magneton, also nicht mehr ein kleines Magnetilo, aber das war nicht stark und die Donnerwelle musste ja erstmal rauskriegen und ich konnte dagegen auch theoretisch eine Beere tragen, also war das alles nicht so tragisch. Und dann kam hier einfach wieder sein Alpollo rein und das war an dem Punkt dermaßen kacke gelevelt, dass es schon Rangekill war mit Donner, also ich hätte das potenziell One-Hitten können. In meinem Fall allerdings habe ich einfach eine Paralyse bekommen und das Ding hat Horrorblicke missplayed. Da hatte der Rivale einfach ein bisschen Pech. Und dann war der Kampf halt mehr als gelaufen. Ich meine, sein Kadabra war eine riesige Glass Cannon, das konnte gar nichts und dann kam noch Meghaniel rein und das war wieder Two-Shot über Rückkehr, ohne dass es wirklich gefährlich wurde. Der Rivale konnte mir hier nichts mehr entgegensetzen. Ich kann hier also verblüffenderweise festhalten, dass ich mit Domizil pazifistisch einfach die Liga erreichen konnte ohne irgendwelche optionalen Erfahrungspunkte und ich hatte sogar seit Azalea City einfach keine Lehmschelle mehr verwendet. Ich hätte nie erwartet, dass Domizil mit einer dermaßen schlechten Coverage halt das alles irgendwie hinbekommt. Aber die Liga selbst war natürlich halt doch mal eine ganz andere Challenge. Das Gute war, ich bin überleveled angekommen auf Level 47, aber die Liga wird später hochgehen bis auf Level 50, die wird also so ein bisschen aufholen und ich hatte dann stellenweise wirklich sehr ekelhafte Matchups zu befürchten. Es begann mit Willy, dem Psycho Trainer und hier war mein Schaden erstmal ziemlich prima. Ich wusste, ich kann sein Xato One-Shotten über Donner und dann kommt wahrscheinlich Rossana direkt rein, was One-Hit ist über Rückkehr. Allerdings hatte Xato hier Konfu-Strahl und Rossana hatte Todeskuss, um mich sogar einzuschläfern. Und natürlich konnte ich gegen eine Sache davon eine Beere tragen, aber halt nicht gegen beides. Und somit war bereits der Anfang der Liga ziemlich unkonstant und ich habe hier einige Male verloren, weil ich einfach komplett weggechießt wurde. Aber wir kommen jetzt leider so langsam zu einem Problem, was ich nicht wirklich lösen konnte. Dumizil war im gesamten Run relativ gut gewesen, in relativ kurzen Kämpfen. Weil dann konnte ich irgendwas wegschießen über Giftblick in der Kopfnuss oder ich konnte irgendwas Two-Shotten wie das Seedracking von Sandra, das war alles vollkommen okay. Aber in Kämpfen, wo die Gegner halt wirklich 5 solide Pokémon haben, war Dumizil gar nicht gut aufgehoben. Ich wurde ständig outspeedet von allem möglichen und immer wieder angechippt. Und ja, ich habe hier guten Schaden gemacht, aber selbst der war manchmal unkonstant, wegen wie gesagt den Statusmoves von meinen Gegnern. Und so bin ich hier beispielsweise bei Lamos später extrem angechippt rausgekommen, der Gegner hatte eventuell sogar schon Reflektor draußen oder Leech Seed auf Dumizil und ich hatte riesige Schwierigkeiten, weil ich musste dann noch zwei weitere Gegner killen. Und ich habe dann bei diesem Kampf hier direkt gemerkt, dass der Rest dieses Runs hier vermutlich ein ziemlicher Albtraum wird. Denn ich habe bereits an Willi locker zwei Stunden gesessen. Ich denke schon, dass ich währenddessen extrem viel Pech hatte, also ich wurde hier wirklich ständig von Todeskuss von Rossana getroffen oder ja, von Reflektor von Kokowai komplett weggechießt, aber ich hatte auch immer wieder gute Versuche und die sind einfach nicht siegreich geworden. Und ich hatte halt mit Dumizil praktisch gar keine Möglichkeiten, um diesen Kampf irgendwie zu vereinfachen. Das einzige, was möglich gewesen wäre, wäre theoretisch Erholung zu lernen, was ich mittlerweile hatte als TM, aber was hätte ich dann mal wieder löschen sollen? Eine meiner beiden Schadensattacken, Lehmschäle, was ich nicht löschen durfte oder Giftblick, was ich eigentlich auch behalten wollte. Ich habe also dann weiter mit diesem Moveset gegrindet und es hat dann irgendwann funktioniert, aber auch nur im roten Bereich, nachdem ich sein letztes Xatu dann fast noch gekillt hätte. Und das war wie gesagt nur der erste Kampf der Liga, es wird später noch deutlich schwieriger. Es gab aber auch einen großen Lichtblick in der Liga und das war der Kampf gegen Koga. Weil das war der Gifttrainer und gegen den hatte ich sehr gute Matchups. Sein Ariados war nicht wirklich gefährlich, das ist eh kein gutes Pokémon und dann kam Urmord rein und das konnte ich über Rückkehr sogar One-Shotten, weil es ziemlich fragil war. Und für den Fall, dass ich vergiftet wurde, hatte ich halt einfach eine Gegengiftbeere. Und dann kam Vostelka rein und das kann potenziell gefährlich werden, weil es halt normal Attacken resistiert mal wieder und es halt Explosionen um sich zu sprengen, aber ich hatte Donner dagegen und Vostelka ist speziell recht fragil, ich konnte das also einfach Two-Shotten. Und dann war ich halt immer noch locker im grünen Bereich und musste nur noch Slymog und X-Bard besiegen, die dann einfach nicht mehr so schlimm waren. Slymogs Toxin konnte ich dann noch abwehren über die Biere, die noch nicht verbraucht war und dann kam X-Bard rein und dagegen hatte ich sogar Donner. Und das hat zwar nicht ausgereicht und er hat einen Drang gespielt und er kann sogar seinen Fluchtwert erhöhen, aber das muss halt alles überhaupt nicht mettern. Also war Koga insgesamt wirklich ein sehr fairer Bosskampf. Nun wusste ich aber halt, was danach kommt und das war ein bisschen tragisch. Denn es kam dann einfach Bruno der Kampftrainer und das ist einfach mega unglücklich gelaufen. Du Miesel kam in der Generation raus, wo wirklich zwei Kampfbosskämpfe sehr sehr wichtig sind im Playthrough. Ja und er hat zunächst mal einen Capoeira gespielt und eine Kampfattacke, das war noch nicht so schlimm, aber dann kam Kickly, was mich outspeedet hat und das hatte Turmkick und das hat unfassbaren Schaden verursacht. Und ich konnte dann zwar Kickly Bonshotten, weil es sehr fragil war, aber der hat auch Nokchan gespielt, um das Trio voll zu machen und das hatte Tempohieb. Eine Kampf-Prio-Attacke, die ich unmöglich umgehen konnte und die hat mich dann andauernd gekillt. Aber leider war all das, was ich gerade angesprochen hatte, halt nur der Anfang des Kampfes. Das Gute ist, ich konnte hier stellenweise ein bisschen Glück haben und Kickly konnte statt Turmkick tatsächlich Doppelkick nutzen, wahrscheinlich weil er dort die höhere Genauigkeit gesehen hat und das hat nicht so viel Schaden verursacht. Es hat aber zumindest ausgereicht, dass mich halt Nokchan dann mit 2x Tempohieb in den roten Bereich hauen konnte, also war es nicht so viel besser. Ich konnte aber so zumindest sein viertes Pokémon sehen, aber das war halt umso bedrohlicher. Denn es kam dann einfach Macho Mai rein, sein mächtiges Ace mit der Attacke Kreuzhieb. Und hier hätte er mich selbst gewonshottet auf vollem Leben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das konnte ich halt über Rückkehr auch nur Two-Shotten. Aber gut, ich dachte mir an dem Punkt, okay, das ist jetzt kein angenehmer Bossfight, aber da ist ja nichts unmöglich dran. Denn ich konnte einfach Kopfnuss lernen und mal wieder auf Linches hoffen. Und dann konnte ich halt Capoeira besiegen, stellenweise ohne Schaden zu nehmen, was schon mal gut war. Und dann konnte ich halt wieder hoffen auf ein Misplay von Kickly, um hinten raus wieder Macho Mai zu erreichen. Und dadurch, dass ich Macho Mai outspeeden konnte, konnte ich auch das wieder flinschen lassen. Und ich habe über Kopfnuss durchaus guten Schaden machen können, also war es alles gar nicht mal so tragisch, wenn ich ein bisschen Glück hatte. Und sobald ich dann wusste, dass Bruno hier mal wieder einen Trank nutzen wird, konnte ich das predikten über Rückkehr, um Macho Mai so sehr zu punishen, dass es dann down gegangen ist, bevor es nochmal angreifen konnte. Aber das große Problem war hier, dass Bruno fünf Pokémon gespielt hat. Und dann kam Onyx rein. Eine gewaltige Steinschlange mal wieder, mit unendlich physischer Defense, Elektroimmunität und Normalresistenz. Und dem konnte ich praktisch keinen Schaden machen und das hatte beispielsweise Erdbeben, aber auch Sandsturm, was praktisch noch schlimmer war. Aber das Problem war halt einfach bei diesem Bosskampf hier, dass es unmöglich war, Nokchan zu erreichen auf einem wirklich guten KP-Stat. Weil der Nokchan Tempohieb Schaden, der war ja immer garantiert. Ich musste also panisch darauf grinden dann, dass Kickly daneben haut mit Turm Kick, wenn es das überhaupt einsetzen wollte. Denn wie gesagt, es kam halt manchmal Doppelkick als Misplay und das war dann ziemlich schlecht für mich. Und das musste halt alles passieren im selben Try, wo ich halt Capoeira am besten auch flinchen lasse und wo Machomai mich nicht killt. Das Gute war, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich über Kopfnuss in Turrückkehr ganz ganz knapp Machomai Range killen konnte, was zumindest manchmal funktioniert hat und dann brauchte ich halt nur einen Flinch oder einen Kreuzziedmiss. Aber dann musste ich halt immer noch vorbei an diesem scheiß Onyx und ich hatte halt keinen Kreideschrei oder so. Ich musste dann Giftblick einsetzen und Kopfnuss spammen für Paraflinches und ehrlich gesagt einfach beten. Und das Problem war leider, Sandsturm macht so viel Schaden in Gen 2, das konnte ich mir praktisch nicht leisten. Und so wurde ich hier einfach unfassbar von Onyx geschwächt, ohne dass das Ding eigentlich mega stark war. Ich habe aber dann nach einem sehr sehr langen Grind hier irgendwann Bruno tatsächlich ohne Lehmschelle besiegen können. Aber das war der schwerste Bosskampf bis hierhin, aus dem gesamten Playthrough. Das wäre fast nicht spielbar gewesen. Und was kam dann zur Belohnung für einen Kampf? Natürlich der gegen Melanie, die Unlichttrainerin, die genau das war, was ich nicht bekämpfen wollte. Nämlich einen Trainer mit einem Geist-Pokémon, der mich vorher unkonstant macht. Die hat nämlich nach Tara gespielt mit Sandwirbel und Konfustrahl, was schon mal ultra nervig war und meine Genauigkeit senken konnte. Und dann kam als zweites Giflor mit einfach Stachelspore, um mich potenziell zu paralysieren. Und dann konnte ich einfach nicht mehr konstant angreifen und ich hatte keine Init mehr. Und Giflor konnte hier sogar Mondschein spammen, um wirklich wirklich anstrengend zu werden. Und dann Blättertanz, um auch ein bisschen Schaden zu machen. Und dann kam halt irgendwann Gengar mit Fluch mal wieder und tatsächlich Abgangsbund. Und das hat folgendes bedeutet. Wenn ich in der ersten Runde trotz Sandwirbel mit Donner hier nicht erfolgreich treffen konnte, bin ich immer gestorben. Denn dann kam nur noch Abgangsbund-Spam, weil Gengar keinen Move gegen mich hatte ansonsten. Es hat mich also dann immer im Fluch hier einfach in den Tod gezogen und ich konnte nichts dagegen machen. Und das Schlimme war halt, dass das mal wieder nicht alles war. Denn ja, natürlich waren nach Tara, Giflor und Gengar zusammen, alles andere als konstant und wirklich ziemlich nervtötend. Aber es war natürlich stellenweise möglich hier, nicht so viele Sandwirbel abzubekommen oder vielleicht sogar keinen und Stachelspore konnte ich wieder abwehren über eine Beere, um das einmalig loszuwerden. Und dann konnte ich Glück haben gegen Gengar und vielleicht den Donner tatsächlich landen. Aber ich war halt immer noch verflucht. Und dann kam Kramurx rein, was mich doch ein bisschen anschippen konnte und leider auch Hundemon. Und das war sehr gut gelevelt und es konnte mich auch speeden mit Flammenwurf für sehr sehr großen Schaden. Und die einzige Möglichkeit, das dann zu besiegen, war auf eine Donner Paralyse zu hoffen und damit Rückkehr zu finishen. Und selbst dann konnte ich hier nur im tiefen roten Bereich überleben nach einem ewigen Grind. Das war ehrlich gesagt nicht viel angenehmer als der Kampf gegen Bruno. Insgesamt habe ich aber wenigstens die Top 4 abschließen können, nach einer ganzen, ganzen Weile, ohne halt irgendwie zu leveln. Aber da musste ich auch noch gegen Siegfried antreten beim Champfight und der war nochmal ein ganz eigenes Kaliber. Weil der hat dann 6 Pokémon gespielt, darunter 3 komplette Dragurans. Und das ist einfach schlicht und ergreifend bis hierhin der mächtigste Trainer gewesen. Und ich wusste nicht so ganz, ob ich gegen den vernünftig antreten kann. Ich hab's aber dann einfach mal probiert und ich hatte dann zunächst mal eigentlich gar keine so schlechten Versuche. St. Garados konnte sich in Regentanz verrennen und ich hatte Donner, um das zu Bonshotten. Und dann kamen nacheinander zwei Dragurans rein und das waren wirklich starke Gegner, ich wurde aber nicht komplett zerstört. Das Problem war, die hatten mal wieder eine Paralyse gegen mich, also muss ich mich wieder mit Donnerwelle rumschlagen. Ich konnte die aber Two-Shotten über Rückkehr, auch wenn's ein bisschen knapp war. Und Hyperstrahl von denen konnte ich ganz gut wegstecken und da mussten die sogar aussetzen. Das war alles gar nicht mal so verkehrt. Als ich aber dann die ersten beiden Dragurans besiegt hatte, kam auch noch Aerodactyl. Und das konnte mich natürlich auch speeden, auch mit Steinhagel für Paraflinch witzigerweise, das war ein bisschen ironisch und ich konnte das über Donner nicht one-hitten. Das war ehrlich gesagt kein gutes Zeichen. Jetzt aber endlich zum witzigsten Moment, den ich hatte in dieser gesamten Challenge. Mir ist dann eine Frage im Kopf aufgeploppt, die ich halt nicht so wirklich abschalten konnte. Hat Siegfried eigentlich hier eine konkrete Antwort auf Dumiesel, die wirklich gut ist? Ehrlich gesagt nicht so ganz, oder? Und dann hab ich einfach dreist hier Donner verlernt und Erholung gelernt. Und dann hab ich mir ne Minzbeere gegeben, um einmalig gratis aufzuwachen und mich dreist einfach in den Stall gestellt. Ich hab mich hier mit Dumiesel einfach vor das Team von Siegfried gepflanzt und einfach gegen erholt. Mich immer und immer wieder und er konnte nicht viel gegen mich tun. Hyperstrahl hat eigentlich guten Schaden gemacht, das war nicht übel, aber die Attacke muss ja immer aussetzen. Und das waren alles gratis Erholungsrunden für mich bzw. Runden, die ich halt wasten konnte, bevor ich wieder aufgewacht bin. Und dadurch, dass ich halt relativ viel Schaden machen konnte, sah es dann ganz gut für mich aus. Und Donner hab ich nicht unbedingt gebraucht. Natürlich war Garados angenehmer mit Donner, keine Frage und gerade Aerodactyl hat da ein bisschen gedauert, weil Rückkehr konnte das ja resistieren. Aber ich hatte ja alle Zeit der Welt und Erholung hat verdammt viele AP. Das Problem war nur leider so ein bisschen, ich konnte jederzeit gekrittet werden beispielsweise, Aerodactyl konnte sogar Omni boosten und ich konnte viel so ein bisschen schief laufen, also es hat eine Weile gedauert, bis ich wirklich gute Versuche bekam. Aber das allergrößte Problem waren die hinteren beiden Pokémon. Denn ich muss leider schon so ein bisschen zugeben, dass Siegfried hier halt schon eine relativ konkrete Antwort hatte. Denn es kam halt auch noch sein Glurak und das hatte Flammenwurf und das hat so viel Schaden gemacht hier mit Step, dass es halt Dumiesel in 3 Hits ganz knapp besiegen konnte. Theoretisch durch Erholungspam durch. Ich musste also dort einen Giftblick legen und Glück haben mit Fullparas. Und dort bin ich dann einige Male down gegangen, aber es war zumindest möglich. Es kam aber auch noch das Level 50er Dragoran, also das mächtige Ace von Siegfried und das hatte Wutanfall und das durfte einfach nicht eingesetzt werden. Denn das war einfach, wenn es mehrfach gespamt wurde, halt viel zu viel Damage. Ich konnte aber auf ein Bodyguard Misplay hoffen und dann eine Attacke wegstecken. Und dann konnte ich mit Range killen und den Kampf hier abschließen. Es war hier wirklich ein unfassbarer Disrespect, aber Dumiesel konnte hier einfach Siegfried ausstallen mehr oder weniger gegen kompletten Hyperstrahl, Spam und sonst irgendwas. Dumiesel hat es einfach hinbekommen. Ich hätte niemals gedacht, dass Dumiesel halt ohne Ice Coverage wirklich irgendwie Siegfried auch nur andersweise konstant bekämpfen kann. Aber ja, der Bulg hat hier so ein bisschen ausgereicht und ich konnte mich durchschießen. Und damit war es möglich, ganz Yoto durchzuspielen, pazifistisch, ohne irgendwelche optionalen Erfahrungspunkte, nur mit einem Dumiesel. Ich muss aber auch dazu sagen, dass diese Run hier natürlich noch nicht so ganz zu Ende war. Denn es gab auch noch das gesamte Postgame, wo natürlich die meisten Bosskämpfe mal wieder nicht so spannend waren, weil die nicht gut gelevelt sind bzw. auch nicht so stark aufgestellt sind, aber es gab auch noch Blaueich und Trainerrot, die ich halt ebenfalls noch schaffen musste. Und das sah wirklich nicht gut für Dumiesel aus. Ich konnte mir aber zumindest im Postgame halt die Überreste holen und das ist ein tragbares Item, mit dem man sich Karpel wiederherstellen kann, am Ende von jeder Runde. Und das ist das beste tragbare Item von Gunscan 2, was man sich definitiv besorgen sollte. Und dann habe ich die ganzen Kanto Arenaleiter ausprobiert, ich muss aber sagen, dass keiner davon ein wirklich gutes Matchup hatte gegen Dumiesel. Ich meine, Rocco konnte normale Attacken resistieren, aber der hatte ein grauenvolles Team und war schrecklich gelabelt. Ich bin also dann ohne wirkliche Schwierigkeiten pazifistisch bis zur Blaueich gekommen und konnte dann gegen den Antreten antreten. Aber der hat dann wieder 6 Pokémon gespielt insgesamt, dieses Mal sogar mit richtig ausgewogenen Typen. Und der war stellenweise definitiv kein leichter Boss. Denn es gab hier vor allem ein gewaltiges Problem. Sein Tauborz war vollkommen okay, das hat Flügelschlag genutzt ohne viel Schaden und ich hatte halt die Überreste und es konnte stellenweise über Spiegeltrick hier einfach Rückkehr kopieren, aber da Blaueich keine Zuneigung hatte, hat es keinen Schaden gemacht. Und dann kam Simsela mit Psychokinese, was sehr stark war, aber das war eine Glass Cannon und dementsprechend sofort One-Shot. Aber das Problem war sein mächtiges Rizeros. Er hat wieder ein gigantisches Bodengesteins-Pokémon gespielt, mit Elektroimmunität und Normalresistenz. Und ja, ich konnte dort wieder Giftblick legen, aber das war halt kein Onix. Das Ding war offensiv weitaus gefährlicher und hat auch unendlich viel Defense gehabt. Und wie gesagt, ich hatte nicht mehr mehr Kreideschrei. Und dann sah es wirklich schlecht für mich aus. Aber haltet euch fest Leute, bevor ich dann aufgegeben habe und Lehmschäle spammen wollte oder vielleicht sogar Fluch aus dem Postgame nehmen wollte, um mich zu boosten, hatte ich noch eine andere Option. Und zwar hatte ich ganz bewusst hier eine TM aufgehoben für diesen Fight. Denn man bekommt von Jasmin tatsächlich Eisenschweif, eine Stahlattacke mit 100er Basisstärke, die ja auch ihr Stahloss genutzt hat. Und das hatte ich ganz bewusst bei Bruno nicht verbraucht, um es halt tatsächlich hier zu nutzen. Und dann konnte ich Rizeros mit Range 2 shotten, was unglaublich angenehm war. Und tatsächlich konnte Rizeros missplayen über Furianschlag, was ich bis heute nicht verstehe. Aber das kann passieren. Und dann stand ich stellenweise mit recht hohem KP einfach bereits vor seinem Garados, und das hat sich gerne mal in Regentanz verrannt und dann mit Hydro-Pumpe gemisst. Natürlich nur zu 20%, aber das war definitiv möglich. Und dann kam Kokowai, was wirklich anstrengend war, weil das kein Solarstrahl gemissplayt hat, das hat Egelsamen praktisch immer rausgelegt. Und dann habe ich ständig noch bei Arcani verloren, weil Egelsamen halt so viel KP gehytert hat, dass ich das dann nicht 2-Shotten konnte. Wobei ich eigentlich ein so gutes Matchup dagegen hatte, weil Turn 1 der Regentanz noch da war. Ich habe aber dann irgendwann rausgefunden, dass ich trotz Egelsamen Arcani Range killen konnte mit einer sehr sehr unwahrscheinlichen Range. Und das ist dann passiert. Ich habe auch Blaueich hier einfach pazifistisch killen können, sogar ohne Lehmschelle. Aber ganz ehrlich, Leute, irgendwo ist doch auch mal ein Punkt, oder? Ich meine, der letzte Kampf war dann gegen Trainer Roth und der wird Domizel pazifistisch ja wohl nicht schaffen können, egal was das Ding nutzt. Domizel hatte keine guten Stats oder eigentlich irgendwas vorzuweisen und Trainer Roth war dann wirklich um die 20 Level über mir mit einem vollen Team aus ausgewogene Typen. Das ist ein Kampf, den pazifistisch halt selbst manche Legis nicht gewinnen können. Der wird Domizel ja wohl praktisch keine Chance haben. Also wir brauchen nicht darüber zu reden hier, dass natürlich Domizel mit diesem Moveset praktisch keine Chance hatte. Das sollte jedem klar sein. Ich bin hier gegen Pikachu angetreten und das konnte ich stellenweise killen, wenn es Donner gemisst hat und nicht mit Scham gespammt hat, um einen physischen Angriff zu senken. Und dann konnte Trainer Roth sogar seine Tränke wasten, was schon mal ganz gut war. Aber dann kam als zweites Psiana rein mit Reflektor und einer unfassbar starken Psychokinese und bereits das war praktisch unbesiegbar. Und danach würden noch 4 weitere Pokémon folgen, die ebenfalls unfassbar mächtig sind. Das war einfach nicht spielbar. Aber ich hatte es ja eben schon angeschnitten, Domizel konnte wie viele Challenge Pokémon auch mal wieder Fluch lernen im Postgame, weil man die TM einmalig findet in Prismania City in Kanto. Und das ist ne Boost Attacke, die Init aufgibt, um die physische Attack und die physische Defense zu erhöhen. Und dadurch, dass Domizel eh outspeedet wurde von praktisch allem an dem Punkt, war Fluch einfach genial. Und dann konnte ich Lehmschäle spammen, weil sich mir wie gesagt seit Azalea City die ganze Zeit aufgehoben hatte im Moveset, um die Genauigkeit von Pikachu zu senken, um dort mein Setup zu machen. Und wir brauchen nicht darüber zu reden, dass das anstrengend war, weil ich wurde natürlich ständig getroffen, mit Scham zugespampt, dass mein Angriff wieder gesenkt hat, dann brauchte ich wieder mehr Fluch oder ich wurde paralysiert über Donner oder gekrittet, das ist alles mal passiert. Aber das Setup war möglich. Und dann konnte ich irgendwann zum Sweep einleiten und Domizel wurde wirklich gefährlich für Trainerrot. Denn ich meinem Psiana konnte natürlich gefährlich werden immer noch über Psychokinese oder beispielsweise Reflektor, um wieder meinen physischen Angriff zu halbieren, aber Bonshot wäre das Ding dennoch gewesen, weil es halt fragil ist. Und dann hat Trainerrot hier einen gigantischen Fehler gemacht, der wirklich wichtig war. Er hat als drittes immer Relaxo eingewechselt. Nicht Glurak oder Turtok, die mich hätten finishen können nach nem Psychic vom Psiana. Nein, Relaxo als physisches Pokémon, was mir keinen Schaden mehr machen konnte. Und dann konnte ich dort einfach mit Lehmschelle mal wieder prima rumstallen, um über die Leftovers wieder volle KP zu bekommen. Und ich hatte sogar clever hier die Attacke Schutzschild noch gelernt, die man ebenfalls in Prismania City kaufen kann, um doppelte Leftovers zu bekommen, wenn ich es denn mal brauchen sollte. Und dann konnte ich wieder komplett auf Full Life gehen und hoffentlich paralysiert zu werden über Buddyslam, um dann irgendwann Relaxo zu besiegen und den finalen Speed einzuleiten. Und dann wurde mir auch noch Bisa Floor geschenkt, weil sich das halt praktisch immer in den Solarstrahl verrannt hat. Ich muss aber dazu sagen, das könnte stellenweise Sonnentag einsetzen und dann hat man sofort verloren. Denn wie gesagt, ich musste halt auch noch vorbei, ein Glurak und ein Turtok und nen geboosteten Flammenwurf wollte ich jetzt nicht unbedingt tanken müssen. Ich muss aber erstaunlicherweise sagen, dass mit Protect-Überrest-Spam es möglich war, Flammenwurf und Surfer von Turtok insofern zu überleben, dass sogar Turtok hinten raus missparen konnte über Raindance, weil es keine Killvenge mehr gesehen hat. Es war dann mathematisch möglich hier, mit Dumiesel pazifistisch einfach komplett Trainerrot zu besiegen. Und dass das geht, ist das größte Meme überhaupt. Dumiesel war stark genug. Ich habe diesen Run hier nicht mit der Intention gestartet, komplett Pazifismus durchzuspielen. Ich dachte, das wird ein normaler Challenge-Run, wo ich halt immer mal wieder leveln muss, weil irgendwas praktisch an uns Spielbarkeit grenzt. Aber Dumiesel konnte sich immer irgendwie durchmogeln und einfach das gesamte Spiel plus Postgame durchspielen. Und ich musste nicht mal einen optionalen Trainer machen, beispielsweise, um die Flinklaue für Fluch zu holen. Das war nicht notwendig. Ja, eure Meinung hierzu, gerne die Kommentare. Ich fand den Run hier sehr unterhaltsam und ihr könnt euch auch gerne andere Pokémon wünschen, die ich mal ausprobieren soll. Und dann könnt ihr mir auch sehr gerne auf Twitch folgen, wo ich halt diese Runs hier regelmäßig live erspiele. Und dann könnt ihr mir auch sehr gerne hier ein Abo da lassen, das würde mich ebenfalls sehr unterstützen. Und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bald. Ich habe noch sehr, sehr viel geplant. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen ein riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss. you you you